Der insolvente Reiseveranstalter FTI. Über 215.000 Pauschalreisen mussten diesen Sommer abgesagt werden. Jetzt, zwei Monate nach der Insolvenzmeldung, wird der größte Verbraucherschutzerstattungsprozess der bundesdeutschen Geschichte abgewickelt. Der Deutsche Reisesicherungsfonds kontaktiert geschädigte Urlauber direkt. Die müssen dann ihre Daten angeben, man muss sich dann in einem Online-Formular anmelden, alle Dokumente hochladen. Und dann geht es halt Schritt für Schritt weiter. Und am Ende dieses Prozesses haben dann hoffentlich alle ihr Geld. Die notwendigen Dokumente? Buchungsbestätigung, Zahlungsnachweis, Sicherungsschein und Vollmachten von Mitreisenden. Der Fonds will bis zum Herbst alle Entschädigungen auszahlen. Gesamtsumme? Etwa eine halbe Milliarde Euro. Die kommt allerdings nur den Pauschalreisenden zugute. Die, die eine Einzelbuchung getätigt haben, also z.B. nur einen Mietwagen oder nur ein Hotel, die bekommen nichts aus dem Sicherungsfonds. Die müssen wirklich zum Insolvenzverwalter gehen und das Ganze in der Insolvenztabelle anmelden. Vielleicht bekomme ich etwas zurück, aber da sind halt natürlich dann alle Gläubiger drinnen und andere Unternehmen, wo halt einfach Geld geschuldet wird. Die Mitarbeiter wollen natürlich auch noch bezahlt werden. Und deswegen bleibt hier in der Regel nur ein Bruchteil übrig. Ins Leben gerufen wurde der Deutsche Reisesicherungsfonds 2021 von der damaligen Großen Koalition. Nach der Pleite von Thomas Cook 2019 wurden Urlauber noch über Steuergelder entschädigt. Das soll nun erstmals der Fonds regeln, in den alle großen Reiseunternehmen einzahlen müssen.